Die Chefredakteure des Zentralorgans der SED, wie das Neue Deutschland immer genannt wurde, waren sehr hoch in der politischen Hierarchie. Ich will jetzt nicht beschwören, dass alle, aber mehrere der Chefredakteure seit 1945, seitdem es das Neue Deutschland gab, waren Mitglied des höchsten Machtgremiums. Es gab in der DDR grundsätzlich keine freien Medien, sondern alle Medien, ob das Zeitungen waren, Rundfunk, Fernsehen oder was auch immer, hatten ganz strenge und eiserne Vorgaben. Die wurden jeden Donnerstag verkündet. Da wurden alle Chefredakteure und Leiter von Rundfunk- und Fernsehstationen zusammengerufen im Politbüro. Und der Sekretär für Akkutation und Propaganda, also der Oberideologe der DDR, wenn man so will, oder der oberste Medienherr, vielleicht besser gesagt der DDR, der gab den Leuten dann direkte Vorgaben. Und zwar intern, was ist in der nächsten Woche wichtig, auf welche Sprachregelung ist zu achten, was ist besonders hervorzuheben, was ist zu verschweigen. Also wenn zum Beispiel Erich Honecker eine Rede gehalten hat, dann kam der gesamte Text im Neuen Deutschland. Und zwar alle Genossen mussten das lesen und studieren und es wurde dann nochmal durchdiskutiert. Und die anderen Zeitungen, die es gegeben hat, in den Bezirken und die Zeitungen der sogenannten Blockparteien, konnten das kürzen, aber nicht wie sie wollten kürzen, sondern die Kürzungen waren auch schon vorgenommen worden von ADN. Und auch die Überschriften, die dann gewählt wurden. Also das war eine ganz eiserne Presselenkung. Kürzungen